Ich war fast am Ende! Aber ist nicht schlimm. Nach einer Pause von einem halben Jahr oder sowas, dachte ich mir, da müssen wir wieder ran. Ne, das ist klar. Ich weiß nicht, wo wir stehen geblieben sind, hier unten vielleicht. Müssen wir hier durch? Ich weiß auch nicht mehr, wie die Controls sind, aber das wird schon passen. Oh, Sir. Oh, yeah. Hello. You ain't leave until you put the script to the trip. Oh, wir können doch nicht gehen. Ich erinnere mich. Oh mein Gott, das wird hart. Regular natürlich, ja. Auf simple spielen Kinder. Das wird uns doch richtig verstehen. Oh mein Gott, wie geht das nochmal? Warte, 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 warte. Ich muss ganz kurz testen, wie die Sachen gingen. Okay, das war das. Was ist das hier? Aha. Auf B ist die Ultra, ne? Und wie war nochmal Perry? Ah, ja. Okay. Ich hustle den sowas von weg, den Kollegen. Ah, ja. Ich erinnere mich. Ich... Ah, fuck! Bam! Haben wir hier vielleicht ein Problem. Bada, bada, baa! Was? Er hat mich gefisst, äh, geschwänzelt. Ach, ja? Glaubst du, du kannst mich damit irgendwie einschüchtern? Oh mein Gott, was passiert jetzt nochmal? Oh ja, ich erinnere mich. Oh, du Scheiße. Leute, das war sackschwierig. Ich glaube, das war, äh... Nein! Was kam danach? Ich hatte das ja schon im Sack, das weiß ich noch. Oh. Oh, wie weit ich war. Sorry, I didn't meant you to put in your head. It's on! Okay. Was? Lächerlich. Guck mal, ich geh einfach jetzt runter. Oh, she. Ha! Bam! I didn't mean! Nein! Der Gott! Hat ihr den Gott gerade gesehen? Ist kack! Nein! Rob, das ist, äh... Das ist, äh... Das geht ja gar nicht. Jawohl, er ist schon weg. Okay. Ich glaube, wir brauchen hierfür aber die Schüsse, die von alleine gelenkt werden. Lalalalalala! Bam! Oh nein. Wechseln die sie ihm ab? Nee. Nein! Nein! Ach du Kacke. Ja! Alter, was kommt danach? Was kommt danach? What? Nee. Super. Ah, ich erinnere mich. Und wenn ich die treffe, die... Und wenn ich die Dinger treffe, dann fliegen die auseinander und es werden drei Schüsse draus. Diese... Jetzt ganz am Schluss. Ich darf überhaupt nicht... Äh... Ah, fuck! Ich darf überhaupt kein Leben verlieren. Bis dahin. Also vor allem nicht hier am Anfang. Das ist lächerlich, wenn ich ihr Leben verliere. Sein Schwanz am Anfang ist halt echt fies, ne? Weil den erwartet man manchmal nicht. Da ist er wieder. Okay. Boom. Ich... Ich gebe ihm direkt hier ein paar Mal in die Gosh. Nee, 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 nee. Es... Ah! Ich... Es hat mich noch getroffen! Okay, ein Life ist bestimmt nicht schlimm. Nee, da ist er wieder. Der Kack. Fuck. Zwei Life. Ha! Geperished, Alter! Wupp! Oh, jetzt geht er weg. Weiter ballern, weiter ballern, weiter ballern, weiter ballern. Oh! Weg! Nein! Ah! Ich habe wieder nur ein Life, ne? Ah! Das ist das letzte Ding, das ich brauche. Oh, no, 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 no! It's ja Kack! Slimcock! Nein! Hör auf! Hör auf mich zu beschießen mit deinem Schotter! So! Okay! Bam! Ah! Diese kleinen... Diese kleinen Pisser! Nein! Die sind so grob! Ich weiß, es sieht von außen, also jetzt so, wenn man zuguckt, gar nicht so schwer aus, äh, an dieser Stelle jetzt speziell mit diesen blöden Viechern. Ey, aber die machen dich so fertig, diese kleinen Kackdinger. Die kommen halt einfach unerwartet, in irgendeine Richtung gehopst. Die wechseln sich nicht ab, die gucken nicht genau, wo du bist, die springen einfach dann in deinen Sprung rein, die scheiß Viecher. Nein! Gottes Willen! Die unnötig! Oh mein Gott! Neustart! Ich muss das hier direkt über die Bühne bringen. Wenn ich ihn oft an... Wenn ich ihm... Wenn ich ihm viel Damage gebe direkt am Anfang, dann dauert das nicht lange an hier. Ja, guck mal, jetzt kommen schon die gedoppelt... Nein! Nein! Bam! Mach, mach, mach deinen Scheiß! Ja! Wir haben ihn, Leute! Noch vier live! Alter Verwalter! Nein! 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 Oh mein Gott, ich wäre fast reingesprungen in dieses Kackfee. Ich weiß nicht, ob ich jemals schon mal so gefokust war, wie ich es jetzt bin. Haha! Nein! Alter, verpisst euch! Oh! Oh nein! Das hat... Ich bin runtergefallen! Das hat überhaupt nicht gezählt. Hoffentlich war es so fröhlich! Ja! Drei live noch! Kommt, das muss doch irgendwie gehen. Ach du Kacke! Wieso, ich kann gar nicht nach hinten schießen, ohne nach vorne zu hüpfen. Nein! Alter, no fucking chance! Alter, was ist jetzt los?! Nein! Nein! Ein live noch! Oh mein Gott! Ah! 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 Ich war fast am Ende! Ah! Und wisst ihr das Schlimme ist? Wenn ich diese Schüsse hole, also ich kann umwechseln auf Schüsse, die praktisch automatisch aufs Ziel zu fliegen aufs Ziel zu fliegen. Wenn ich die nehme, dann fliegen die am Schluss jetzt hier bei diesen drei Köpfen automatisch auf die Kugeln, die die auf mich schießen. Und lassen dann immer fünf Dinge auf mich zukommen. Äh, vier meine ich. Ja, und nicht nur diese eine Kugel... Ach du Kacke! Ich weiß nicht, wie ich das äh... Nein! Du Sackmann! Ver... Zieh ab! Zieh ab mit deinem... Wie? Alter, hab ich ihm so wenig Damage gemacht, oder was? Ach du Scheiße! Also selbst das geht, hier. Aber das Ende wirkt so gut wie unmöglich. Aber auch nur so lange, bis man es geschafft hat! Ah! Das ist schon echt grob, das äh, das Spiel, ja. Aber egal, drei Life noch hier. Mein Gott, bin ich ausgewichen eben, Alter. Wenn ich hoch genug bin, dann ist das Ausweichen echt nicht schwer gegen die Viecher. Oder niedrig, da kann ich mich ducken. Ich wollte gerade die Ultra machen. Hör auf, dann zu springen, Alter. Es ist in mich reingesprungen, blödes Vieh. Zwei Life noch. Alter. Ich teste jetzt doch mal kurz die anderen Schüsse. Übrigens, heute Abend ist Livestream, gell? Ab 22 Uhr kommt ran. Achso, das war's. Wie, Shot on, Shot B. Hab ich das die ganze Zeit gehabt, oder was? Das klingt ja auch nicht schlecht, kurz unbesiegbar zu sein, ne? Komm, wir testen das mal als Ultra. Vielleicht sollte man das noch probieren. Medium Range, aber äh, gute Damage. Ich weiß gar nicht, wie man wechseln kann zwischen den Schüssen. Ist ja ein toller, toller Schniedel hier. Und damit können wir wechseln. Das sind übrigens die Ferngesteuerten. Aber das wird uns nicht viel bringen, diese Eierdinger. Wir sind ja sehr oft eher auf Range, ne? Okay, okay, das ist scheiße, dieser Schuss. Na, dieser Pillerschuss bringt uns erstmal nichts. Ich geh ja hier auf den normalen Schuss. Aber wir haben die, ähm, chasenden E auf Shot B. Ja! Vier Life, Leute. Vier Life. So, hier bleib ich auch noch so in dem Modus. Obwohl, wisst ihr was? Wenn ich vor diesem Viechern weg springe, kann ich ihn so immer noch treffen. Vielleicht auch nicht schlecht, oder? Ja, das ist ziemlich nice. Ja! Hallo, Boys. Hier. Ich hab mir für euch Karten aufgehoben. Oh mein Gott! Nein! Oh, Feuer! Okay, pass auf. Jetzt mach ich so. Jetzt testen wir's halt mal kurz. Alter! Oh mein Gott! Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Das kam von rechts. Ich hab das scheinbar doch getroffen. One, two, three! You better flee! Deine Mutter flieht die Horrischie. Das ist echt hart. Also Dark Souls kannst die Tonne kicken. Ja? Das ist Hardcore Finesse. Bumm. Da, ba, da, ba, da, da! Woohooo! Da, 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 da! Da! So, jetzt, sie habe einen Live schon verloren, Alter. Wie peinlich. Aber egal. Hier kommt wieder die Hardcore Action. Ich sammle jetzt alle Karten für diese Ultraattacke und heiz den drei dann einfach durchgehend damit ein. Leider kann ich die Ultra nicht mit dem grünen Scheißschuss machen. Dann hab ich nur so komische Dinger um mich drum herum. Die sind bescheuert. Nein! Oh mein Gott! Mann, wir springen die echt nicht hoch und dann wiederum fast aus dem Bildschirm raus. Was? Es hat mich nur eins getroffen, leckt mich doch Da Oh, Leute, achso, ja, ich bin unbesiegbar, haben wir gesagt Hä? Hä? Warte mal, warte mal Für so ein paar Sekunden Unbesiegbarkeit, ne Da bleibe ich hier bei meinem Strahl, ja, den kann ich nämlich auch ultra aufleveln, wenn ich alle Karten sammle Ich glaube vier oder fünf Und dann hämmert er rein ohne Ende Ich darf mich hier am Anfang jetzt halt einfach nicht treffen Oh mein Gott, jawohl, er ist weg Oh, fast runtergefallen Ich verliere manchmal schon einen Life, wenn die drei Köpfe beginnen einfach nur Weil, weil ich, keine Ahnung, zu heftig einatme oder so Jawohl, okay, wechseln So, jetzt geht's rund, passt auf Let's go Oh, Alter Alter, weggesch... Fuck Wisst ihr, wenn es nur die Kugeln wären Würde es ja auf irgendeine Art und Weise noch gehen Aber, aber Ich war doch noch nicht mal fertig Ihr Pisspantoffeln, da Oh mein Gott Oh Gott, der feuert Wo, 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 in der Mitte Der feuert immer in der Mitte, oder was? Ich war fast am Ende Aber ist nicht schlimm Ist nicht schlimm Oh scheiße Oh fuck Wie ich einfach überhaupt kein Damage bekommen habe What the fuck Meine Hände schwitzen, ich sterbe gleich Ey, jetzt hast du uns aber rein Manche haben die voll lange Pausen dazwischen Auf einmal meinen sie müssen ja immer Okay, Leute Er ist gedamaged Ich fasse es nicht Wartet kurz, wartet kurz Ich habe so schwitzige Hände, dass mir das Ding fast aus der Hand fällt Wird es nicht da oben runterfallen Gut Was, er hat mich, wie, die können mich in dem Moment Die können mich Ich habe einen live Ja klar Oh fuck Warum können die mich denn treffen, wenn ich in meiner Ulti bin Das kann doch, das dürfte doch gar nicht gehen Ich schmeiß die verfickten Controller gleich weg Wie können die mich treffen, wenn ich in der Ulti bin Hopp, das ist unfair Ich kann mich da nicht wehren Ich kann die Ulti nicht bewegen Ich stehe fest auf einer Stelle Ja, er macht eine verkackten Bälle Es gehört so viel Timing dazu, dass man Dass man nicht hier irgendwie am Anfang schon gepimmelt wird Ich hatte vier live am Schluss Und was mache ich? Wisst ihr, wenn die kleinen Viecher springen Während ich gerade springen muss Dann fliege ich fast zu 100% in die Reihen Nur wenn ich stillstehe Und ihn ausweichen kann Gewollt, dann geht's Ist auch so eine Sache mit dem Timing Nein, guck, das meine ich Ich musste springen Und ich kann da nicht weg Schon wieder, schon wieder Zwei live noch Mein Gott Okay, Ultra Batsch Und wer hier schießt Haben die mich jetzt getroffen? Wir haben sie nicht Ich mache jetzt doch das hier an Ist mir egal Ich, ich mache ja gar nicht Ey, ich habe, ich habe kein einziges Mal Irgendwas getroffen von denen Nein Nein So, komm schon, komm schon Ich habe noch einen live, Alter Nein, 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 okay Nein What the fuck? Ich habe diesen Scheißschuss In der Luft getroffen Oben, außerhalb des Bildschirms Und dann kam diese dreckige Bockflamme runter So, ihr Pisser Boom Alter Das ist doch ein verkackter Scherz, oder? Boom Warte, 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 warte Wo bin ich, wo bin ich? Nein Ich habe ihn nicht gesehen Ich wusste nicht, wo ich bin da oben Zwei live noch Oh, leck mich doch Er macht Feuer Ich komme nicht weg, ich komme nicht weg Fuck Nein Auf ein neues, Monsieur Gelatim de la Pue de la Bam Alter, ich fall Ich darf jetzt aber nicht einfach so aus Spaß Darunter fallen, weil ich Weil meine Ultrakacke ist Ne Ich bin jetzt nicht im Ernst Einfach in so eine Kugel reingelaufen Oh, ich dachte, da brennt mir jetzt die Eier ab, ne Da Ne Habt ihr das gesehen? Ich habe so eine Kugel Alter Ich habe so eine Kugel getroffen Und sie ist aufgeplatzt Und War trotzdem Nein War nach wie vor sie selbst Wisst ihr, was ich meine? Ah Das gibt's doch gar nicht Mann, Mann, Mann Jetzt würde ich echt gerne eine Runde Dark Souls spielen So ohne Bildschirm, wisst ihr Mit verbundenen Augen Ohne Finger Wahrscheinlich ein bisschen einfacher wie das hier Ja, ist klar Ah, okay Also im Moment geht Geht der ganze Schotter davor schon mittelprächtig Aber Ähm Das ist doch scheiße, Mann Das darf eigentlich nicht sein Dass ich diese Diese dreckigen Dinger mit meiner Ulti treffe Und dann davon gedamaged werde Das geht gar nicht Es ist nicht unfair, aber es ist Oh, shit Es ist halt echt sackschwer dadurch, ne Also wirklich brutal schwer Er macht wieder seine Scheiße Okay, alles gut, alles gut Treffe ich ihn noch? Da Das Schlimme ist, dass diese Kackkugeln Die, wie gesagt Die fliegen ja auf mich zu Was? Ha Wuhu Ja Hat ja nur zwei Minuten gedauert, nicht wahr? Aufnahmezeit 40 Minuten B- Neuer Weltrekord Ah Ich hatte die Batterien aus dem Controller ausgekloppt Okay So Ah Leute, es ist geschafft Welt 2 ist gefistet Oder? Welt 3 Beginnt Hallo Mr. Dice Wie sieht's aus bei dir? Jetzt will ich die Mucke hören, Alter Ah Come on Hey Das war noch Musik damals, ha? Leute Welt 3 You see I knew there was something special about these fellas So spricht übrigens der Teufel Well, don't be too sure, it's dead boss I think there's something fishy about those too Ne Mein Gott, in der großen Stadt sind wir jetzt unterwegs Aber ich würde sagen, als nächstes kommt dieses Häuschen hier Honeycomb Harald In der nächsten Folge, meine Damen und Herren Vielen Dank fürs Zusehen Schaut euch auch die letzten Folgen an Die sind, wie gesagt, schon etwas älter Aber hier sind sie gleich verlinkt in der Endcard Hasselt rein Vielen Dank für die ganzen Daumen in den letzten paar Videos Unterstützung ist on point Vielen, vielen Dank dafür Und natürlich könnt ihr auch hier wieder einen random CSGO-Skin gewinnen Schreibt mir einfach mal, wie ihr Cuphead so findet Ja, also von der Schwierigkeit her Wenn Dark Souls hier ist Ist Cuphead jetzt dann hier Oder komplett over the top Haut's aus Macht's gut Ciao, ciao Ciao Ciao